Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty. Meine Buchtour werde ich demnächst nach der Zeit einer Trauer fortsetzen. Ich hatte es schon in einer früheren Produktion mitgeteilt. Unser engster Freundeskreis ist, und damit auch ich, von einem Trauerfall betroffen worden. Ein sehr, sehr guter Freund, den ich mehr als zehn Jahre kannte, ist vor kurzem überreichend gestorben. Das ist ein sehr trauriges Ereignis, und ich halte Trauer bis 30. August 2011. Das heißt natürlich nicht, dass ich das Reden und die Kommunikation komplett einstelle, sondern einfach die Termine etwas zurückfahre, die Produktion von Texten, von Radio, Fernseh, Filmbeiträgen, von Internetbeiträgen etwas gedrosselt habe, bis zum 30. August 2011. Bewusst auch etwas länger Zeit lassen, das brauche ich persönlich, und deshalb habe ich das auch als Verleger, als Herausgeber von British News Flash Magazin, diese Freiheit habe ich dank Gottes Gnade und Güte, und dank der Güte und Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass ich dann auch mal sagen kann, wir fahren die Produktion zurück bis zum 30. August 2011. Danach werde ich Ihnen natürlich selbstverständlich gerne eines oder mehrer meiner Bücher vorstellen, ganz besonders natürlich mein Buch Liberty, Peace and Media, Amy Goodman and the Freedom of Press, oder eines meiner ersten Bücher, das 2008 erschienen ist, also vor rund drei Jahren, Liberty, Peace and Now, Human Rights Abhorters. Es gibt ja inzwischen zwei neue Teile, die Sie demnächst auch kennenlernen können und dürfen, und ich lade Sie heute schon an dieser Stelle ganz herzlich ein, auch wenn Sie eine E-Mail überprüfen wollen, ob die Einladung auch von mir stammt, oder vom Journalistenbüro Andreas Klamm in Neugrufen in der Pfalz, bei Ludwigshafen am Rhein, dann lade ich Sie doch ganz herzlich ein, Rufen Sie einfach an, Telefon 06, oh, Telefon 06236, 06236, 41, 48, 90, 44, Entschuldigung, 06236, 48, 90, 44, jetzt habe ich zwei Telefonnummer an durcheinander geworfen, die erste Telefonnummer lautet 06236, bitte nicht die falsche Telefonnummer anrufen, das gibt es uns Ärger, 06236, 06236, 48, 90, 44, damit sich jemand belästigt fühlen muss, 48, 90, 44, und Sie können auch mobil anrufen, 0178, 817, da steht es ja hinten drauf, 817, 2114, 0178, 817, 2114, können Sie auch anrufen, Mobilfunktelefonnummer, oder die zweite Studiotelefonnummer von Radio TV IBS Liberty, das ist in Neuhofen in der Pfalz, bei Ludwigshafen am Rhein, zwischen Speyer am Rhein und Ludwigshafen am Rhein, in der Nähe von Heidelberg, falls Sie einen näheren Bezugsort brauchen, die Sie jetzt aus Hamburg oder Berlin oder auch aus anderen Städten zusehen, Heidelberg ist ganz in der Nähe, 45 Minuten etwa von Neuhofen in der Pfalz entfernt, Telefon 06236, 48, 90, 44, nochmal zum Mitschreiben, weil ich es irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht habe, und zweite Telefonnummer 06236, 41, 68, 02, 41, 68, 02, 41, 68, 02, Vorwahl 06236, oder per E-Mail können Sie natürlich auch schreiben, da gibt es eine ganz kurze Adresse, www.medienprojekte.radio.tv.info.org www.medienprojekte.radio.tv.info.org können Sie eine kurze E-Mail schreiben, in der Regel antworte ich sobald wie möglich, je nach Terminen, je nach wie die Termine sind, dauert es mal, kommt darauf an, wo die Termine sind, in Deutschland, Frankreich, England, kann es bis zu einer Woche dauern, aber in der Regel innerhalb von drei bis vier Tagen, manchmal auch sieben Tage, versuche ich so schnell wie möglich zu antworten. Das ist nicht immer möglich, weil ich sitze ja nicht den ganzen Tag vor dem Computer und beantworte E-Mails, und ich lese auch nicht den ganzen Tag E-Mails. Nebenbei muss ich ja noch ein paar Fotos machen, noch ein paar Bilder schreiben, noch ein paar Informationen sammeln, um eben gute Bücher wie dieses Buch Liberty and Peace Now, Human Rights of Police, zusammenzustellen, zu schreiben und zu veröffentlichen, oder eben auch Radio- und Fernsehproduktionen. Wer selbst schon mal eine Videoproduktion realisiert und produziert hat, weiß, dass da eine ganze Menge Arbeit hinten dran steht, die der Zuschauer in der Regel ja nicht sieht. Sie können sich vorstellen, es ist jede Menge Arbeit, über 700 Fernsehsendungen zu produzieren, und ich durfte da jede Menge Arbeit von erleben, und mache das ja auch ganz gerne seit 1984 als Journalist, als Rundfunkjournalist, als freiberuflicher Fernsehradio- und Filmproduzent und als Verleger und als Herausgeber von British News Flash Magazin und von Radio TV, IBS Liberty, Liberty Peace and Media. Ich danke für Ihr Interesse. Wenn Sie mich einladen wollen zur Buchvorstellung oder zu einer Buchtour, gerne rufen Sie an 06236 41 68 02 oder zweite alternative Telefonnummer 06236 48 90 44 und, weil es so schön ist, auch ein Mobilfunktelefon, das ist die 01788172114, 0178817212114. Weitere und ausführliche Informationen und auch die Adressen noch einmal zum Mitschreiben, langsam zum Mitschreiben, finden Sie bei www.radiotv.info.org oder bei Oterra Pro, Oterra Pro, ein Projekt, das ich neu gegründet habe, Radio, Fernseh, Nachrichten, Medien und Informationen, mit dem ich seit 1984 erarbeite, sei es für die Tagesposten Speyer, sei es für den DDP, für die Nachrichtenagentur Deutscher Depechendienst, früher sei es für Nachrichtenagentur 3M News und für viele andere Magazine und Zeitschriften und Tageszeitungen, oterrabro.de, ich glaube, das ist auch eine Adresse, die man sich leicht merken kann, oterrabro.de, auch dort gibt es weitere und ausführliche Informationen, Alternativadresse auch hier existent und vorhanden, oterrabro.cwsurf.de, oterrabro.cwsurf.de, da gibt es jede Menge Lesestoff, kostenfrei, die Bücher sind natürlich nicht kostenfrei, denn irgendwie sollte ich auch als Schriftsteller und als Autor und als Produzent und als Journalist und Verleger und Herausgeber einige Einkünfte verdienen dürfen, besonders als chronisch kranker, behinderter und schwerbehinderten Menschen gleichgestellter Journalist und Funkjournalist. Insofern kosten die Bücher natürlich Geld. Dafür gibt es die Bücher in jeder Buchhandlung, können sie kaufen. Dieser Preis beispielsweise etwa für dieses Buch ist um die 18,99 Euro. Ich denke, es ist noch ein Preis, den man sich leisten kann. 272 Seiten, jede Menge Arbeit, jede Menge Lesestoff, viel Interessantes über Grundrechte, Menschenrechte, über Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, Frieden in Deutschland und in der Welt. Es gibt viel zu lesen. Menschenrechte gelten für alle Menschen und sind wichtig für alle Menschen. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Europa und in aller Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Glamm-Savort von Radio TV, IBS Liberty und von British News Flash Magazine.